Nachrichten Nordhessen ab 23. März müssen Züge über Kassel Wilhelmshöhe fahren 20. März 2024 12.08 Neues Stellwerk an Kasseler Hauptbahnhof Züge fahren ab 23. März über Wilhelmshöhe Neues Stellwerk entsteht im Hauptbahnhof Kassel. Züge müssen vom 23. März bis 14. April über Kassel Wilhelmshöhe umgeleitet werden, das hat der NVV bekannt gegeben. Während der Osterferien vom 23. März bis 14. April 2024 kommt es zu Einschränkungen für Fahrgäste aus und in Richtung Göttingen, Halle und Erfurt sowie bei Zügen der Kurhessenbahn von und nach Bad Wildungen bzw. Schwalmstadt 3. Der Hauptbahnhof in Kassel kann in dieser Zeit nicht angefahren werden und die Züge enden, starten bereits in Kassel Wilhelmshöhe. Bau eines neuen Stellwerks Hintergrund ist der Bau eines neuen Stellwerks im Hauptbahnhof Kassel für das die Strecke Richtung Fuldatal-Iringshausen gesperrt werden muss und die Züge der Linie RB 83 Göttingen-Eichenberg-Hahn. Münden Kassel nach Kassel Wilhelmshöhe umgeleitet werden. Nach Ostern kann auch die Stationin Wellmar-Nieder-Wellmar nicht angefahren werden. Der NVV empfiehlt daher in dieser Zeit auf Bus und Tram auszuweichen, da kein Ersatzverkehr angeboten wird. Einige Umleitungen und Ausfälle darüber hinaus müssen einzelne Züge der Linien Rhe 2 Erfurt-Eichenberg-Hahn, Münden Kassel und Rhe 9 Halle kleiner als größer als Eichenberg-Hahn. Münden Kassel, die normalerweise am Hauptbahnhof abfahren, ankommen, ebenfalls nach Kassel Wilhelmshöhe umgeleitet werden. Die letzte Fahrt der Linie Rhe 9 Richtung Kassel, Ankunft 21.54 Uhr, muss sonntags bis donnerstags entfallen. Da bis zum 28. März auf diesen Linien noch Schienenersatzverkehr, SEV, stattfindet, sind sie erst danach von diesen Änderungen betroffen. Weniger Gleise am Hauptbahnhof Insgesamt stehen im Hauptbahnhof in dieser Zeit weniger Gleise zur Verfügung, sodass die Linien Rhe 39, RB 38 und RB 39 der Kurhessenbahn Richtung Bad Wildungen und Schwalmstadt-Treiser bis Ostermontag, 1. April 2024 ebenfalls betroffen sind und mit den meisten Zügen an der Station Kassel Wilhelmshöhe enden, starten.